Hallo, ich darf euch hier in der Mittelschule Absam herzlich begrüßen. Wir haben heuer 15 Klassen, davon sind sechs Sportklassen und insgesamt haben wir 320 Schüler und Schülerinnen im Haus und vielleicht darf ich die auch bald begrüßen. Und jetzt zeigen euch ein paar Schüler unsere Schule, ich hoffe, sie gefällt euch. Jetzt geht's in die Schule. Hey, wollt ihr wissen, wie es ausschaut? Wir zeigen euch ein paar Sachen von der Schule. Also die Tragung, ich halte mal wie so ein Glas ausschaut. Mehr weiter. Nehmen wir jetzt den Computer an, wir starten mal. Schauen wir mal, was man da macht, ne? Also wir haben da einen Computer an und wir haben da einen Computer an. Jetzt schauen wir mal, wie der große Wecker mal ausschaut. Ich hatte aber ganz viel Spaß. Und dann machen wir ganz viel Basteln. Das macht total Spaß. Wir haben vier Turnstunden und wir haben vier Turnseele. Schauen wir uns einen an. Wir haben sogar einen Klo! Das ist unsere Aula. So, jetzt gehen wir in den Physiksaal. So, jetzt gehen wir in den Physiksaal.